Der Dolchtanz wird das werden. Das klingt ganz heidnisch. Doch mit dem, was sie singen, entpuppen sich diese Schamanen als wirklich gläubige Muslime. Meine Augen sind auf dich gerichtet, singen sie. Meine Zunge spricht von dir und mein Herz verlangt nach dir. Oh, hilf mir Gott, höre mich an. Die guten Geister, einst als eigenständige Götter verehrt, sind dabei längst nicht überflüssig. Jahrtausende lang haben sie ordentliche Arbeit geleistet. Sowas schickt man nicht leichtfertig in die Wüste. Sie dienen nun als Vermittler für diese Botschaft. Ganz im Sinne Mohammeds ist das nicht. Aber es erschüttert auch nicht den Glauben an Allah. Die Wüste und die Wüste und die Wüste. Da kann ja nun eigentlich nichts mehr schief gehen. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, verspricht der Schamane, Gott und Geister werden Holaku nicht im Stich lassen. Er muss nur standhaft bleiben. Der Barschi besingt dann noch die Hände. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er sich am nächsten Morgen auf den Weg machen wird. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er sich, zu dem er sich, zu dem er sich. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er sich, zu dem er sich. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er sich, zu dem er sich, zu dem er sich, zu dem er sich. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er sich, zu dem er sich, zu dem er sich. Er hat ja noch ein großes Ziel vor sich, zu dem er 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 sich. mächtiger Ehemann zu werden. Und dann auch noch dies. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Die Familie beim Umzug. Keiner hat Zeit, seine Geschichten anzuhören. Hulakos Verwandte ziehen längst keine langen Wege mehr, aber sesshaft sind sie auch noch nicht. Die Weiden sind abgegrast und der Boden braucht Zeit, sich zu erholen. Statt nur die Schafe und Ziegen auf ein frisches Stück Land zu schicken, scheint es ihnen einfacher, selbst mitzugehen. Es sind ja nur ein paar Kilometer bis zum neuen Weideplatz. Hulakos, der arme Kerl, muss gleich kräftig mit anpacken. Aber auch sein Vater. Und das ist dann ein kleiner Trost. Der Abbau der Zelte geht ja noch. Richtig schwierig wird morgen früh der Wiederaufbau. Doch damit, Gott sei Dank, wird Hulakos nichts zu tun haben. Ein paar der Tiere fressen schon das Gras auf Nachbarsweide. Und Hulakos, eigentlich ein erwachsener Mann, muss plötzlich wieder als Hirte herhalten. Dabei hatte er gehofft, sich irgendwann davon schleichen zu können zu seiner Goli. Doch daraus wird nichts. Die Frauen tragen die schwerste Last des Umzugs, den Aufbau der Zelte am nächsten Tag. Da halten sich die Männer vornehm zurück. Solche Zelte gibt es in Asien vom Kaspischen Meer bis zur Mongolei. Eine perfekte Konstruktion. Seit Jahrtausenden bewährt. Scherenbitterwände, die später mit Filzdecken bespannt werden. Alles durchdacht. Leicht, flexibel und überall hin mitzunehmen. Arm und reich haben die gleichen Zelte. Bei der Inneneinrichtung allerdings gibt es Unterschiede. Der eine hat Teppiche, der andere Pferdedecken. Wie bringt man ein Dach auf drei Meter Höhe? Nur Europäer würden dafür Leitern und Gerüste bauen. Die Turkmen denken praktischer. Sie haben auch vom Boden aus alles voll im Griff. Kaum zu glauben, dass diese Leichtgewichte vor Wind und Wetter, vor Regen und sogar Schnee schützen. 100 Jahre halten solche Behausungen. Hin und wieder muss der Filz ausgetauscht werden oder sonst ein Einzelteil. Das ist alles. Das ist alles.